Hallo liebe Spielenden, willkommen zurück aus der Pause. Ich bin Gary, Metatron, und heute spielen wir ein wenig Elder Scrolls Online. Ja, heute haben wir schon ein bisschen was getan für Miri. Die Beziehung von unserer Gefährtin wollten wir nach oben bekommen. Mal schauen, ob es auch klappt. Bei 2500 Punkte bei Miri scheint es wohl eine Quest zu geben, die zweite Quest zu geben und ob das klappt oder nicht, das werden wir jetzt gleich sehen. Ich logge ein und dann wissen wir mehr. Wenn das nicht klappt, also wir die Miri-Quest nicht machen können, dann werden wir umloggen auf meine Necromantin. Dann werden wir im Event ein bisschen weiterspielen, oder eher gesagt, den Event anfangen. Im Moment ist nämlich der Event für Orsinium, Kargstein und Imperial City. Das ist das erste Jahr-Event, so nennt es sich, weil das ist im ersten Jahr von Elder Scrolls Online 2014 bis 2015 erschienen und darum gibt es da im Moment ein Event mit mehr Belohnungen, doppelten Belohnungen, besseren Belohnungen, Ereignisscheinen, die man eintauschen kann und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viel Zeug und eine kostenlose Quest, die ihr im Kronenshop kriegen könnt. So, jetzt gucken wir mal hier gerade, wir sind wieder im Spiel und genau, wir sind in der Abstimmung. Im Moment habe ich euch eine Abstimmung da gelassen, in der ihr sagen könnt, was ich demnächst hier auf dem Kanal noch so spielen soll. Und ihr könnt also entscheiden, was denn für euch am interessantesten wäre, natürlich neben Elder Scrolls Online, neben WoW, was ich hier so spiele und so weiter und so fort, noch ein anderes Spiel, weil wir haben bald für den Samstag zum Beispiel einen Slot frei. Star Trek Online bin ich bald durch alle Geschichten durch, dann ist Star Trek Online Story abgeschlossen. Da dauert es auch immer relativ lang, bis da viel neue Story kommt. Darum ist Star Trek Online bald fertig. Oh, tut mir leid für alle Star Trek Online Fans hier. Aber genau, ihr könnt jetzt im Moment aussuchen, welche Spiele ihr denn demnächst hier noch auf meinem Zeitplan gerne sehen würdet. So, und Uwe, 0465 ist da. Hallo Uwe, schön, dass du eingeschaltet hast. Zeit ist gleich Geschenkezeit nach der organischen Pause. Genau, Housing für innen und außen. Ja, genau, der Uwe, der hat meistens Items fürs Housing hier und die können wir gleich mal dann vergeben an die, die hier zuschauen und hier im Spiel dann sind. Das ist immer ganz nett von ihm. Er gibt so eine kleine Geschenkephase raus hier, wo noch zwölf Zuschauer sind, kriegt man das alles noch so auf die Kette sozusagen. Wenn wir irgendwo mal 400 Zuschauer sind, dann wird es ein bisschen schwer, die zu verteilen. Aber genau, dann können wir gleich mal schauen, ob ihr vielleicht das ein oder andere Housing-Item gebrauchen könnt. Das gibt es also auch noch hier von Uwe als kleines Gimmick. Vielen Dank dafür. Mal gucken, was es da gleich für Housing-Items gibt. Ein paar habe ich auch noch übrig vom letzten Mal. Also, da können wir noch welche vergeben. Jetzt aber erst mal, Miri ist nicht bereit. Die Quest ist nicht da. Wollt ihr über etwas reden? Ah, 2536. Wir könnten jetzt natürlich mal gucken, ob wir noch ein, zwei Sachen ausgraben gehen in Dunkelforst. Vielleicht 2550. Vielleicht braucht sie noch einen kleinen Anstups. Mal einen Brief mit ihr lesen. Meistens ist es auch gut, wenn man mit ihr neues Buch liest. Aber ich glaube, 2550 ist natürlich eine schöne Zahl. Wir können ja mal dreimal was ausgraben gehen noch. Aber ich habe das Gefühl, dass Miri erst bei 3000 oder 3500 die nächste Quest abwirft. Irgendworan muss es ja liegen. Oder könnte es noch einen anderen Knackpunkt geben, warum die Quest nicht kommt? Was könnte es sein? Eigentlich ist es doch nur der Rufstatus, oder? Also, so wie ich das kenne, liegt es eigentlich nur im Rufstatus. Mit freiem Oberkörper. Hier gibt es keine freien Oberkörper, Uwe. Wir sind hier nicht beim HotTube-Channel oder sowas. Das kann man hier leider nicht sehen. Freier Oberkörper ist nicht hier. Ja, und da hat es gedonkt. Das hört sich doch schon mal gut an. Ich konnte allerdings jetzt leider nicht so schnell gucken, was es war. Doch, wir haben meinen Abonnenten, aber soweit ich das sehe, von YouTube. Genau, auf YouTube hat jemand Neues abonniert. Danke dafür. Ich müsste auch mal das Overlay ein bisschen kleiner machen. Meine Kamera ist mittlerweile zu groß. Man kann gar nicht mehr den Namen lesen. Auf jeden Fall hast du ein bisschen von deinem Namen gesehen. Danke für dein Abo. So. Abo bei YouTube kostet nichts, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Also, das ist jetzt kein Abo hier wie bei Twitch, sondern einfach nur, dass er da subscribed hat. Gefollowed hat. So. Wir gehen mal wieder zu dem Punkt, ob doch nicht irgendwo hier was vom Schatz liegt. Also, auf jeden Fall haben wir hier mal einen Schatz. Das ist ja auch mal nicht so schlecht. Amiri neu laden wäre auch noch eine Idee von Eseprobold, aber wenn man doch das Spiel schon neu geladen hat, hätte er eigentlich alles resettet, was da ist. Beutel mit einem versteckten Schatz. Ist es das vielleicht? Ist es das vielleicht von der Errungenschaft? Da war was mit Miris Technik, ne? Also, oh, Schreinerei-Pause, ja. Dank Miri haben wir den bekommen, den Schatz. Und, ähm, aber das hatte, glaube ich, nichts mit der Errungenschaft hier zu tun. Ich zeige euch gerade, um welche Errungenschaft es mir geht. Wir machen das jetzt wegen Miri hier, ne? Weil ich euch die Miri-Quest versprochen habe mit 2500, aber so hat es halt nicht. Ne, bergt den wertvollen Schatz war es nicht. Hier ist der Punkt dafür zwar, ne? Für diese Errungenschaft eine Sache, aber nicht der Schatz, den wir suchen. Was haben wir denn Schönes bekommen? Haben wir auf jeden Fall ein schönes Neues. Äh, war super. Hier, Einrichtungsteil bekommen. Ja. So ist das doch super. Ein toller neuer Tisch. So gefällt mir das. Haha. Lohnt sich doch schon richtig. So. Jetzt müssen wir erspähen. Damit wir auch... Moment, erspähen muss man mit Bastian. Das ist immer so kompliziert. Bastian liebt das Spähen. Miri gibt das Ausgraben. Ich wusste, dass ich euch finden würde, wenn ich hier nur lange genug warte. Drittemal der Bewunderer von vier Besuchen. Er ist das dritte Mal hier. Wunderbar. Wir haben einfach mal den Bewunderer bekommen. Jetzt die Random-Gelegenheit. Sehr schön. Oh, hallo. Ich merke schon, dass ihr mich wieder vergessen habt. Keine Sorge. Schwarzmarsch war übrigens herrlich. Reichlich Rituale, finstere Magie und mehr als nur ein paar Dinge, die ich nicht verstehe. Oh, ich glaube, ich könnte jetzt unsterblich sein. Also, danke dafür. Der... Der... geht immer in mehr Probleme hinein. Der steigert sich immer in so voll die Probleme rein, weil er mich beeindrucken will oder ich ihn beschützen soll oder sowas. Mache ich aber nicht. Und jetzt ist er blind. Jetzt hat er das letzte Mal ein Problem gehabt. Wieder... Das ist immer so lustig. Immer wenn man ihn wieder trifft, ist ihm irgendwas wieder Neues passiert, weil ich ihn nicht beschützt habe. Er bewundert mich einfach zu sehr. Ist leider so. Was ist mit euch geschehen? Ich bin mir nicht wirklich sicher. Könnte dieses schräge Ritual sein, an dem ich teilnahm oder diese seltsame Flüssigkeit, die ich dabei trank. Irgendeine Art von Gift, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Da waren jede Menge freundliche Leute. Auf meinem Weg zurück hierher ist mir allerdings eines klar geworden. Und was ist das? Ich bitte euch immer zu meiner Rettung zu kommen, aber ich vergesse ständig euch zu sagen, wo ich hingehe. Erinnert mich daran und ich lasse es euch wissen, bevor ich mich in dieses nächste Abenteuer stürze. Vielleicht könnt ihr es ruhig angehen lassen und nirgendwo hingehen. Ich bin jetzt unsterblich. Zumindest glaube ich, dass ich das bin. Es besteht also kein Grund zur Sorge. Außerdem werdet ihr mich sowieso retten, wenn ich gerade an der Schwelle des Todes stehe. Ich frage mich, ob die Gerüchte über Drachen in Elzweier wahr sind. Es ist nah genug, um dem einmal nachzugehen. Da kommt er nachher ganz verbrannt zurück oder so. Wartet es einfach nur ab. Nicht einmal Feuer kann einen Vampir wie mich abschrecken. Nein, dem passiert immer wieder was Neues. Ist ziemlich cool, was dem so passiert, muss man sagen. So, und das war das dritte Mal, dass wir ihn gefunden haben hier. Einmal müssten wir noch finden hier in Dunkelforst. Mal gucken, was der Bewunderer dann aus Elzweier zurückbringt. Der ist so crazy. Okay, das dazu. Jetzt laden wir einmal Bastian. Vielleicht hilft es wirklich, das Neuladen von Miri nachher, wenn wir es spät haben. Und ihr möchtet weiter, dass ich Skyrim spiele. Also nicht irgendwie Hedringer Online oder irgendein anderes Spiel, sondern ihr seid für Skyrim. Skyrim werde ich dann weiter zocken an den Slots, die frei sind. Und dann kommen wir damit auch schneller durch die ganzen Add-ons, die da sind. Das ist gut. Also erstmal weiter Skyrim. So, jetzt gucken wir mal, ob das auch gilt, wenn wir jetzt hier spähen, obwohl wir es schon so oft erspäht haben. Ob der Bastian wieder seine 5 Punkte dazu kriegt. So, was habe ich das diesmal kompliziert gemacht? Ja, Bastian hat 5 Punkte dazu bekommen. Dem seine Quest haben wir aber gerade erst erledigt. Oh, jetzt ist das wieder ganz im Süden, ey. Das ist doch nicht normal. Ja, sonst ist es keine verfügbar. Und jetzt wechseln wir nochmal auf Miri. Und kommt die Quest oder nicht? Das ist jetzt das Spannende an der ganzen Sache. Keine Quest, Leute. Seid euch sicher, dass es mit 2500 passiert. Wir gucken mal, vielleicht hilft dann diese eine Ausgrabung, dass Miri sagt, jetzt möchte ich mit euch reden. die eine Chance haben wir jetzt. Und ich habe nicht die Al-Lash-Aufstieg-Münster ausgegraben. Für wie viel? 100.000 Gold? Oder eine Million Gold? Ich sehe gerade eine Million, ne? Ja, okay. Oder? 1, 2, 3, 4. Ich muss richtig die Nullen zählen. Ist wie im echten Leben. Irgendwie habe ich immer viel zu viele Nullen auf dem Konto. Das ist ungünstig. So. Jetzt aber mit Miri. Miri. Wer von euch kann bestätigen, dass Miri mit 2500 eigentlich eine Quest gibt? Hat das jemand schon außer Suryus? Ich glaube, Suryus war auf jeden Fall derjenige, der es hatte. Wer kann es noch bestätigen, dass es beim zweiten Mal die Quest gibt? Äh, bei 2, 5. Genau, nur Nullen umkommt. Hast du richtig verstanden. Nein. Ein paar sind schon drauf. Ein paar Cent, ne? So. Gucken mal. Miri. Einmal ausgraben, bitte. Das habe ich so weggeschickt. Was steht heute auf dem Plan? So. Also nur Nullen wäre ein bisschen schwierig. Man muss halt immer gucken, dass nicht sogar Minus vor den Nullen ist und vor den Zahlen ist. Das ist halt manchmal sogar, ne? Also, schwierig. So. Wo ist denn jetzt hier die Ausgrabung hin? Jetzt finden wir das Ding nicht. Der gibt's doch nicht. Kann da so gut versteckt sein? Da ist er. So. Sehr gut. Du findest die Spur in Einsamkeit in den Antiqua-Zirkeln. Okay. Das hört sich gut an. Oh, Opa Reiner. Ich war gerade so schön am Ausgraben und dann kommst du wieder mit deiner Explosion hier. Du machst das ganze Artefakt kaputt. Vielen Dank für die 75 Bits an Opa Reiner. Auch ihr könnt die Bits benutzen, um hier einen Sound loszulassen oder einen Sticker aufs Bild zu packen. Die Bits gibt's bei Twitch. Oben in der Ecke kann man die sich holen. Geht auch auf anderen Kanälen. Da könnt ihr auch Cheeren und Bits einsetzen. Und dann kommt ihr auch in diese Top-Cheerer-Liste. Oben bei mir über dem Chat gibt's da so eine Top Ten. Und da seht ihr, dass Opa Reiner schon 43.000 Bits hier gespendet hat. Danke dafür an Opa Reiner. Links ist er am zweiten Platz mit 4,5 und Eidern mit 4,1. Dafür vielen Dank. Und Opa Reiner hat auch schon acht Abos verschenkt. An die Zuschauer hier auf dem Kanal. Coltodruide drei Stück und Eidern eins. Und das ist auch eine Top Ten. Also drei Plätze sind drin. Wenn ihr auch mal ein Abo verschenken wollt an euren Lieblings, mit Zuschauer, dann, äh, genau. Könnt ihr auch in diesen Top Ten landen. So, ich guck mal gerade, dass wir das hier jetzt auch mal ausgraben, damit Meri dann auch mal klar ist. Ja, toll. Das war jetzt wieder zu tief. Ist ja schon blöd, wenn man die jetzt endlich mal die zweite Quest machen will und das geht nicht so richtig. So. Also jetzt müssen sie auf jeden Fall davon begeistert sein. Wir haben was ausgegraben. Das mag sie meistens. Aber wenn die fünf Punkte jetzt nicht reichen, glaube ich nicht, dass da noch was kommt. Dann müssen wir wirklich, glaube ich, noch große Schritte machen bei ihr. Jetzt hat man zweimal Glück mit den zufälligen Treffen, aber jetzt kriegt nichts mehr. Ach, komm, noch einmal hier. Ach, schade. Aber immerhin. So. 115 Gold, noch ein bisschen was Nebensache. Interessant, wie viel Kram die Leute weglassen. plus fünf Punkte bei Miri. Das ändert sich nix. 2541. Ne. Sieht im Moment nicht gut aus. Miramis sagt, Mene war auch bei 2000 und noch was. Wie viel, weiß ich aber nicht mehr genau. Also bei Miramis war es auch bei circa 2000, dass Miri die nächste Quest hatte. Wenn du in allen Gebieten bis zur lila Antiquität ausgegraben hast, findet man im Antiquat... Ach so. In Einsamkeit habe ich noch nicht in allen Gebieten. Ich habe die Gebiete zwar schon von hier oben an angefangen, dass ich also immer auch die lila... Doch, Moment. Eigentlich habe ich doch schon alle, glaube ich, in lila. Einmal habe ich, glaube ich, wirklich überall schon gegraben. Ich klicke mal alles durch. Das ist ja jetzt eine coole Information, dass es da vielleicht noch eine Spur gibt, die uns noch richtig viel Geld bringen könnte. Spur läuft ab in 10 Stunden. Heiliger Kelch von Iskramor, Einrichtunggegenstand. Den habe ich noch nicht ausgegraben. Ich glaube, ich muss mal nach Ostmarsch, Ich glaube, ich habe da was verpasst. Behaltet euch... Also für Miri, ne? Machen wir das jetzt alles. Also alles für Dackel, alles für den Club. Ne, alles für Miri. Die haben auch noch eine, die bald abläuft, die ich noch nicht habe. Ich muss echt mal mehr auf meine Spuren achten, die ich so zwischendurch mal einsammle. Ich gucke gerade, wo mir noch was Lillernis fehlt. Ihr merkt schon, der Stream wird gerade ein bisschen durcheinander. Ich wollte eigentlich nach... Da habe ich noch nicht. In Wadenfeld. Wadenfeld habe ich noch nicht das Lillernis ausgegraben. Sollen wir es machen? Sollen wir einfach Miri da jetzt mit hochhauen und Bastian einfach mit den Ausgrabungen mal? Vielleicht geht es ja doch los. Schreibt es einfach in den Chat. Lieber Orsinium mit meiner Necromantin oder lieber mal alles ausgraben, was ich noch nicht so ausgegraben habe. Also Lillernis, die Sachen, die Spuren, die noch offen sind, Miri versuchen damit hochzukriegen und Bastian. Also ihr könnt einfach jetzt mal in den Chat schreiben, was ihr lieber möchtet. Ich gehe auf jeden Fall jetzt den Einrichtungsgegenstand hier ausgraben, in Ostmarsch. Zehn Stunden. Den habe ich dann aber schon lange da drin liegen. Boah. Wie viele Jahre habe ich den dann da schon drin? Ich weiß es nicht. Mein Necro ist irgendwie Level 18 oder 20 oder so. Ist auf jeden Fall noch nicht hoch und Nermal 5165. Hallo. Schön aus... Oh, aus Berschtesgadener Land. Das ist ja gar nicht so hässlich da. Da kann man ja mal Urlaub machen, ne? Schön, dass du hier bist. Toll, dass du eingeschaltet hast. So, jetzt schnell hier eine Spur. Das machen wir dann wieder mit Bastian, ne? Erspähen. Vielleicht geht's bei dem dann bei 2500 auch schon los, dass der dann auch schon seine zweite Quest loslässt. Aber der braucht auch noch ein bisschen was bis bis 2500. Dafür müssen wir auch noch Tagesquests machen bei der Magier-Gilde. Ähm, Erspähen. Jetzt gucken wir mal. Da ist er Tatsache noch. Habe ich echt die lila Spur noch nicht? Ihr seht, da spielt man manchmal einfach nur kriegt irgendwelche Spuren und verpasst ganz, dass man die dann auch äh, noch holt. Da war eben auch noch eine blaue Spur, die ich noch nicht, eine Spange, die ich noch holen müsste. Gibt immer fünf Punkte bei Bastian, immer fünf Punkte bei Miri. Also, lohnen tut sich das generell. Keine Ausgrabung, sagt Opa Rainer. Das ist ihm zu langweilig. Opa Rainer will keine Ausgrabung mehr sehen. Was sagen die anderen? So. Wir könnten auch in Kalthafen mit meinem Templer die Zufluchtsquests machen. Die Hauptstoryline noch. Und den Endkampf gegen Molag Bal vielleicht. Den kriegen wir dann auch noch hin. Da ist mein Templer nämlich gerade dran. Oh, ich liebe meinen Templer übrigens. Ich finde den Templer echt cool, ne? Also, da kommt da wieder Fummeln. FG 39. Gut, aber nächstes Mal helft ihr mir bei etwas. Nein, ich möchte nicht zu dem Gebiet reisen und wir graben das mal aus. Die Hauptstory mit Templer würde Ezo Kobold gerne sehen. Ich bin fürs Graben, sagt Nermal. Mir ist es egal, sagt Sorius. Ihr seid so cool. Ihr seid so lustig. Jeder hat andere Wünsche. Man kann es aber auch keinem recht machen. Die einen wollen Schokolade, die andere was zu spielen, die andere eine Überraschung. Da fällt mir aber auch nichts ein, wo das alles zusammen drin sein könnte. Ja, hier jedenfalls nicht im Spiel. Macht eine Abstimmung. Aber ohne egal. Ach so, ohne egal. Ja, das wäre auch noch was. Okay, ich grabe einmal kurz noch für Miri raus und dann fragen wir noch einmal rum in der Abstimmung. Und dann auch nur ganz kurz, nur drei Minütchen, keine zehn Minuten. Die dauert dann viel zu lang. Weil ihr seid lustig. Jeder möchte was anderes sehen. Das ist halt schon irgendwie geil. Fünf Stühle, sechs Meinungen. Aber das hier muss man ausgraben. Also nur die abläuft und dann ein Einrichtungsgegenstand ist, da muss man ran. Da bleibt nichts anderes übrig. Ähm, ja. Spiel mal den Templer. Ich muss für meinen lernen. Oh, den Templer habe ich lange nicht mehr gespielt. Da lernen wir gleich zusammen dann. Wenn ihr dafür stimmt. Jetzt kamen wir erstmal das lila Teil aus hier. Guck mal, wie schön. Heiliger Kelch von Iskramur. Das wird doch schon mal was Cooles. Hoffentlich. Ah, ja, ja. Da ist Grün. Grün. Beim letzten Mal habe ich einen Grün gefunden. Glück gehabt. So, der ist ausgegraben. Das ist schon mal gut. Ja, haben wir auch Pech mit den Zufallsdingern. Kein zu finden. Kein Nebensfund. Kein Nebensfund. Naja, egal. So, da haben wir auch den Kelch das erste Mal. Das ist doch mal ein schöner Becher. Das ist doch mal ein schöner Becher. Und so robust. Ja, braucht man jetzt nicht zu lesen. So, wieder Miri fünf Punkte und immer noch keine Quest. Leider nicht. Wir machen schnell mal die Abstimmung. Es waren ja jetzt drei Möglichkeiten. Bei dem Spiel in Zukunft sei da bei Skyrim hängen geblieben. Da ist die Abstimmung eindeutig. Was in ESO jetzt? Also, was soll ich machen? Woll ich machen? Und da war ja eben die Entscheidung Nekromantin in Orsinium. Da habt ihr da ja für gestimmt gehabt. Aber, weil sich jetzt so viel anderes ergeben hat, Ausgrabung für Miri. Ja, für die Beziehung. Oder Templer Hauptstory. Kalthafen. Da bin ich so in etwa. Haku. Ich stelle das Haku für Hauptquest. Und mehr gibt es nicht. Drei Minuten Abstimmzeit. Ihr müsst also relativ zügig abstimmen, wenn ihr da jetzt mitmachen möchtet. Und Abstimmung läuft jetzt. So. Komm, wir fummeln. Ist auch hier. Sehr schön. Jetzt haben wir noch was anderes zum Ausgraben gehabt. Und zwar war das jetzt, glaube ich, irgendwo hier. Ach so, Handeln. Okay, Handeln. Was hast du denn Schönes? Auf jeden Fall hast du ein hübsches Kleid an. Muss man ja sagen. Da hast du dir was richtig Schickes gegönnt. Habe ich schon. Was soll ich damit machen? Der ist natürlich viel Geld wert. Der ist schon 40.000 Gold plus wert. Der Flammenstab von Julianus. Was möchtest du mir damit sagen? Färben musst du ihn selber. Ja gut. Ich biete dir mal ein Gold. Möchtest du mir den spenden? Oder soll der verlost werden? Oder wofür ist der gut? Warum wirst du alleingelassen? Wir sind doch alle bei dir. Guck mal, wir sind 15 Leute. Wir sind alle hier für dich. Was ist denn das Problem? So. Ach in der Abstimmung. Ja. Leute, abstimmen. Okay, ich schau mal in mein Postfach und du nimmst das jetzt an das Angebot, dann kann ich weitermachen, weil sonst stehen wir zu viel rum. Ich wollte ein bisschen weitermachen. Genau. Ich bin im Stress. Vielen Dank für den Flammenstab. Danke für die Spende und im bitte dich verkaufen, nutze es bitte selber. Ah, da kamen aber wieder viele Sachen hier. Ne, verkaufen tue ich gar nichts. Wenn dann, dann könnt ihr das bekommen. Also ihr Zuschauer, wenn ihr jetzt gerade da seid und im Spiel seid, dann könnt ihr hier auf dem PC mich kurz antexten, dann kriegt ihr von diesen Housing Items eine Version immer, acht Stück sind zum Beispiel hier von da, gerade hier vom Eier mit Speck oder hier von diesem Topf, das ist von Uwe gespendet, hier diese ganzen Housing Items in mehrfacher Version und hier seht ihr dann noch ein Einsamkeitsspiel der Kriege und der Wolf oder hier ein Tablett mit frischem Aal, Sushi Pur hier oder Trübmoor Bindung spielt, ne, also ihr seht, das hier könnt ihr hier bekommen, ohne irgendwie Giveaways oder so, einfach im Spiel sein und mich kurz anschreiben, Garian13 und sagen, ja bitte einmal Housing Sets bekommen oder Housing Items bekommen oder sowas, dann kriegt ihr die geschickt von mir, hier sogar von dem Aal können sogar zehn Leute nachfragen, also kostenlos als Spende von Uwe hier schöne Housing Items, die ihr bei mir einfach abgreifen könnt, vielen Dank an Garian13 schreiben, also nochmal hier ganz kurz, damit ihr den Namen auch seht, hier Adgarian13 bitte Housing Items, die ersten zehn, die eingehen, kriegen die, ja, ihr müsst aber im Spiel sein, ihr müsst einschreiben, ich kann das nicht jetzt während des Streams verarbeiten, dafür ist mein Kopf einfach voll überlastet, sozusagen, ihr kriegt die ersten zehn, die rein schreiben und wir sind ja nur 13 Zuschauer, also Leute, ne, da kann schon jeder was kriegen, wenn ihr schnell seid, also jedes Item, ne, von fünf nur da sind, geht's natürlich nur fünf, aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, ne, könnt ihr auf jeden Fall jetzt bekommen, so, ich geh noch einmal ausgraben, und zwar nicht in Wadenfeld, sondern diese Spange, die ich gerade eben noch gefunden hab, und dann ist ja die, ach, die Umfrage ist schon rum, wie schnell geht das denn heute hier, Abstimmungen, jetzt muss ich die Ergebnisse ansehen, und ihr habt abgestimmt, Necromantin und Orsinium, auf jeden Fall mit einer extremen Mehrheit, und Ausgraben für Miri ist auch gut, an Umfrage, aber leider nur einer für Templer Kalthafen, tut mir leid, wir machen gleich die Necromantin weiter, ich möchte nur noch die Spange ausgraben, damit wir das haben, dann kriegt Miri nochmal fünf Punkte mehr, und vielleicht geht dadurch dann auch die Quest los, wie soll man dich anticken, hab gerade nicht zugehört, ihr kommt ins Spiel, drückt auf die Taste Raute, und schreibt hier unten, und schreibt hier oben an Senden Garian 13, ne, Garian 13, und dann Set, nee, Housing Items, oder irgendwas, ne, einfach nur, dass da drin steht, bitte Housing Items, oder auch einmal haben möchte, oder irgendwie sowas, ich weiß dann, was ihr meint, wenn ich jetzt also hier gleich Post in meinem Eingang habe, dann weiß ich, was ihr haben möchtet. Das Ganze gilt nur am 30. August, montags, 2021, also alle, die das Video hier in VOD sehen, in Aufnahme sehen, irgendwann später, ist es leider abgelaufen, dann werden die Items im nächsten Livestream wieder vergeben, ich habe auch noch ein paar übrig vom letzten Mal, also ihr kriegt von jedem, von denen, die ich habe, eine Version. Uwe ist da sehr nett und spendet da sehr nett, Uwe, soweit ich das weiß, war Uwe auch der, der mir hier zum Beispiel Esabi geschenkt hat, und auch die Krähe, also dem Bankier und den Händler, geschenkt hat, dafür auch nochmal vielen Dank, weil die Dinger sind wirklich einiges wert im Store, muss man sagen, und genau, jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz, war das jetzt Operainer oder war das jetzt im Spiel oder war das hier vor der Tür? Das war aber laut. Ich zeige euch nochmal ganz kurz, das hier sind alles die Housing, Sätze kriegt er nicht, das ist jetzt meine heilige Kelch, aber alles da, wo jetzt 5 und 8 steht und so, davon kriegt er dann noch jeweils 1, die ersten 5 kriegen mehr und dann seht ihr ja, wie viele Versionen ich habe. so, In Games Hand ist ein Muss. Ich versuche jetzt noch die Spange zu finden, die ich gerade eben in meiner Liste gefunden habe und dann gehen wir zur Necromantin rüber, dann gucken wir mal, was die so kann und wo die dann in Orsinium gerade hängt, dann sehen wir gleich die Story in Orsinium weiter und vor allen Dingen die Event Quest, die machen wir natürlich auf jeden Fall, da werden wir ein bisschen was für tun. So, jetzt, wo ist die Spange? Ich tippe einfach mal Spange ein, das hilft meistens am besten. Spange, Spange hieß das doch oder nicht? Weiße. In Dunkelforst. Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Ach, das ist, hä? Warten, was habe ich da verpasst? In Dunkelforst? Eine Spange? Okay, ähm, kann sein. Ich hoffe, es ist meine Post angekommen. Ich gucke gleich mal nach. Nach dem Gebietswechsel kommt die Post meistens an. Manchmal hängt die so ein bisschen fest. Dann sieht man die nicht so wirklich im Gepäck, äh, eben im Postfach. Aber nach dem Gebietswechsel aktualisiert sich das meistens. So, und dann gehen wir nochmal hier in Dunkelforst gucken. Ja, da habe ich was gehört. Also gerade dieses war glaube ich Post. Gucken wir mal. Also wir können auf jeden Fall bis 12 Uhr einloggen. Ich habe jetzt noch ein, zwei Stündchen Zeit. Der bleibt ganz locker, flockig, also keine Hetze. Genau. Ja, super. Von Na, Krim, 2011 ist was angekommen. Ansonsten bis jetzt noch von keinem. Ähm, genau. Dann, äh, müsste der andere nochmal gucken. Garian 13 ist der Empfänger. Du kannst auch deinen Namen, also die, die jetzt hier zuschauen gerade im Moment. Ihr könnt mal auch per, per Twitch, wenn ihr flüstern könnt, also eine Nachricht senden, könnt ihr mir auch bei Twitch eine Nachricht senden, wie er hier in-game heißt. Zum Beispiel Opa Reiner, wenn du jetzt nicht im Spiel einloggst, dann einfach bei Twitch kurz auf Flüstern drücken, da auf die kleine Sprechblase unten oder bei Garian irgendwie anflüstern oder so. Ich weiß nicht genau, wie es geht. Ehrlich gesagt, weil ich habe hier gerade nur mein Dashboard offen. Ich kann jetzt gerade nicht die normalen Funktionen sehen. Deshalb, äh, versucht mich gerade einfach mal anzuflüstern. Eigentlich kriege ich Sense. Und ich glaube, man muss kein Freund dafür sein. Bei Twitch, weil Freund könnt ihr mit Garipunkten bekommen. Ihr könnt Witz anfordern mit Garipunkten. Ihr könnt Spiele anfordern mit Garipunkten. Ihr könnt aber auch bei der Community-Herausforderung mitmachen, damit ich auch Samstag streame im September. Und wir brauchen nicht mehr viele Punkte. Wenn ihr noch ein paar Punkte habt, also, äh, ne, im Moment könnte es noch klappen mit der Community-Herausforderung. Heute werden wir noch ein, zwei Stündchen streamen. Und wenn ihr wollt, dass ich auch im September am Wochenende da bin für euch. reinhauen. Und Nermal ist in Quarantäne. Echt? Hattest du in der Umgebung jemanden, der der da was bekommen hat von Corona? Oder hast du es selbst erwischt? Wie hast du das denn gemacht? Wachst du auch immer mit Maske unterwegs? Bist auch geimpft? Oh, ne, nicht wieder dieses Thema. Immer wieder Corona. So, das war's. Super. Metallspange. Die Hammer, zerbrochene, alleidische, ne, Mantelspange. Und die gehen wir mal kurz ausgraben. Na, jetzt hatte ich gerade Bastian nicht da. Wenn Bastian nicht da ist, kriegt man natürlich keine Punkte, ja. Die Beziehung geht dann nicht weiter aufwärts. Da war ich jetzt wieder zu blöd, ne? Also, gibt's gar nicht. Wir gehen jetzt schnell ausgraben. Und dann, äh, also wenn Miri dann nicht die Quest loslässt, dann ist 2500 auf jeden Fall nicht der Punkt. Vielleicht 28 oder so. Also ich hatte ja eh 3000 gesagt. Miramis war letztens nicht mehr da. Schick ihr erstmal was. Frag sie mal, was sie möchte. Ja, Miramis, ähm, die meldet sich schon. Die Leute waren nicht dazu. Diese frechen Kreaturen meinen, ich könnte sie nicht unterscheiden. Doch ich weiß, wer von ihnen schon gegessen hat. Keiner darf das ganze Essen einheimsen. Schon gar nicht, wenn sie so aufgeregt wegen des Schatzes sind, den sie in ihr neues Versteck verschleppt haben. Wisst ihr, was die mit den Eichhörnchen auf sich hat mit ihrem Schatz? Ist das dieser wertvolle Schatz? Ist das vielleicht diese Errungenschaft, die ich immer suche? Die redet immer, das ist auch so ein Random Account, die redet immer vom Schatz der Eichhörnchen. Wer kennt da die Lösung von? Von dieser Frau? Mit dem Schatz der Eichhörnchen. Erzählt mir mehr vom Schatz der Eichhörnchen. Ich hab den noch nicht gefunden. Ja, gibt es dort eine Landmarke? Es gibt einen Felsen in der Nähe. Hör zu, ich habe nie behauptet, dass meine Hinweise hilfreich sein würden. Warum verratet mir das alles? Na, ich habe das nervige Geschnatter der Eichhörnchen satt. Da diese kleinen Kreaturen aber auch über lange Zeit hinweg meine treuen Gefährten waren, sähe ich es gern, wenn jemand anderes ihre Nützlichkeit auf dieselbe Weise zu respektieren versteht, wie ich das tat. Tollen Felsen ist hier überall. Das hilft hier überhaupt gar nicht, was die jetzt da einen Hinweis gegeben hat. Also, das mit den Eichhörnchen Schatz, das habe ich noch gar nicht verstanden, ehrlich gesagt. Was gab es nochmal, fragt Miramis gerade. Also, für alle, die mich auf auf Twitch jetzt anflüstern oder im Spiel Angarian 13 mich anflüstern, die bekommen hier die Housing Items. Mindestens fünf Zuschauer können also alle bekommen, die ihr hier seht. Es gibt mehrere Versionen. Das hier lecker Eier mit Speck, lecker Wurst mit Speck, lecker Lagertopf aus Einsamkeit, lecker Mittagschüssel aus Einsamkeit, ein Krieger und der Wolf Spiel, ein Tablett mit Aal, ein Trübmob, ihr hört's, Bindungsspiel und ein schlichtes, ein rundes und ein schlichtes und alle die Items, ihr seht ja, die sind einiges wert, also das Ding hier kostet 14.000 Gold, das 6.000, das hier 10.000, 5.000, 7.000, 4.000, 4.000, 8.000, also das ist schon was wert, das Zeug, das ist nicht so einfaches Einrichtungszeug und das als Geschenk von Uwe, wenn ihr mich anflüstert, jeweils eine Version von jedem für die ersten 5, danach wird's weniger. So, aber nur bei Anflüstern oder Mail im Spiel, weil sonst krieg ich das nicht gepackt. So nebenbei, neben Streaming kann ich das jetzt leider nicht verteilen, sonst gucken wir nur, wie ich die Sachen gerade entstaple und verschicke und so, das ist langweilig für euch. Ich meine, es reicht ja schon, dass ich hier so unkoordiniert durch die Gegend renne. Da brauchen wir jetzt nicht noch Items zu entstapeln und zu versenden. Das mache ich nach dem Stream. So, und da haben wir doch... Miri ist da, nochmal 5 Punkte, die letzten Punkte heute fürs Ausgraben danach loggen wir um auf die Necromantik. Orsinium Hauptstoryline und Event Quest. Was gibt's heute? Schicke Sachen im Event? Ich bin so blöd. Ich bin schon mal im Ausgraben und hab gar nicht geguckt, wo das Ding liegt. Ich lass mich manchmal echt von den ganzen Streaming-Zeug zu viel ablenken. Ich sollte nicht so viel streamen, oder? Was meint ihr? Sollte ich mich mal mehr aufs Spielen konzentrieren und mal schauen, wie man richtig Damage macht, anstatt immer nur Quatsch zu erzählen und alles zu verpassen? Ja, da haben wir die Ecke. Ich verstehe gar nicht, wie die ganzen Streamer das schaffen, irgendwelche Raids zu laufen und nicht von den Zuschauern so abgelenkt zu sein. Ich lass mich immer voll ablenken, ey. Aber irgendwie seid ihr mir zu wichtig, weil wenn ich selber spielen wollte, könnte ich ja auch ohne Stream spielen. Ich spiel ja eigentlich für euch, deshalb lass ich mich halt von euch ablenken. Es ist halt so, es ist ein Teufelskreis. So. Kriegen wir denn jetzt noch einen Nebenfund hier oder was geht ab? Sieht nicht so aus. Was war das für ein Geräusch? Irgendwas im Hintergrund wieder. So. Kein Nebenfund, aber wenigstens die alleidische Metallspange. Ich weiß nicht, woher ich sie hab. So. Die brauchen wir jetzt nicht durchzulesen, nochmal fünf Punkte bei Miri. Sie ist mittlerweile auf 2550. Die Quest kürt nicht. Ich werde jetzt nochmal versuchen, bis nächsten Montag, wenn wieder ESO-Stream ist, ähm, sie noch hoch zu hauen. Und Bastian natürlich auch. Und wenn sie dann die Quest hat, sehen wir die dann beim nächsten Mal. Aber jetzt, äh, loggen wir erstmal um. Das kürt nicht. Das ist mit jetzt, das kürt nicht. Muss ich jetzt mal auf Kölsch grad sagen. Ich bin gleich hinter euch. Noch einmal Miri rufen. Bei Bastian. Da haben wir alles erledigt. So, Däumchen drücken. Und? Ne. Miri hat ein wenig Aufregung vertragen. Es hat keine Quest für uns so wenig. Also, es wird umgelockt. Achso, eine Sache wollte ich natürlich noch gucken. Kurz, Moment. Ja. Ich, ähm, port mal gerade nach dem Ereignisschein. Also hierhin. Mal gucken, ob da noch ein bisschen Post angekommen ist von dem einen oder anderen, der noch die Einrichtungsgegenstände haben möchte. Und Miramis hat mich auch angeflüstert. Ja, ich sehe hier bei Twitch ein paar Cents hier im Spiel. Cents, okay, super. Dann haben wir auf jeden Fall schon mindestens drei bis vier Leute, die diese Sachen haben möchten. Das finde ich schon cool. Also, ihr kriegt richtig schön wertvolle Housing-Items geschenkt vom Uwe. Oh, ja. Eins, zwei, drei, vier, ja, okay. Milo hat zweimal probiert, genau, super. Also, ein, zwei, drei, und dann noch bei Twitch vier, fünf, also, jetzt sind die fünf items schon weg, also, die Fünfer sind schon weg, wer jetzt noch schreibt, der kriegt auf jeden Fall noch die Achter und Zehner, also, sind immer noch genug, sind immer noch was wert, also, hier, die Dinger, die Aal, noch das Spiel, gibt's noch, da, gibt's noch das Frühstück mit Spiele, diese Windspiele, also, alles noch da, ne, also, ihr könnt weiterhin anfragen, Uwe hat da eine coole Idee gehabt, so, schönes Geschenk für die Zuschauer, wenn ihr mir immer Bits schenkt und Abos schenkt, hier, danke an Opa Reiner und alle, die heute schon ein Follow da gelassen haben und Bits da gelassen haben, ne, also, vielen lieben Dank dafür, das ist doch nett, dass wir dann auch mal was zurückgeben können durch den Uwe, so, hier, Ipresia, wo ist sie denn jetzt, die versteckt sich mal im Zelt hier hinten, genau, da ist sie, erblicke ich, so, und ich habe noch Ereignisseine vom letzten Event, ne, altes Orsinium, das ist ja, ja, woher kommt altes Orsinium, ich frage mich gerade, das ist jetzt, also, das ist jetzt die Mission, die, ne, das, was er diesmal als Belohnung kriegt, vom Event, gleich machen wir auch die Quest, hier zeige ich euch erstmal nur die Belohnungen, das könnt ihr also bekommen, wenn ihr die Ereignisseine einlöst, diesen Stiel, naja, oder glimmernder Blut, äh, Blutgraszunder, die letzten von drei Komponenten, die man benötigt, um einen unbeständigen Wandelstein zu entfachen, dieser Partikel kann mit Hilfe zusätzlicher Intelligenzen weiterentwickelt werden, besitzt ihr einen Totenländerfeuerstein, einen rumgeätzten Hammer und einen glimmernden Blutglaszunder, könnt ihr sie benutzen, und den unbeständigen Wandelstein als Begleiter freischalten, also dafür brauchen wir glimmernder Blutgras, dann Totenländer, was? Totenländerfeuerstein und einen rumgeätzten Hammer, den haben wir hier, und den Totenländerfeuerstein, die drei Sachen brauchen wir, dann kriegen wir einen unbeständigen Wandelstein als Begleiter, dann gibt es noch Reparatur, Gruppenreparaturmaterial, und dann gibt es noch die Greifenfeder, besitzt ihr die rauchgewohnten Greifenfeder, das Schwarzeisenzaumzeug, und das Schwarzeisensteinbügel, wo ist der? Der ist jetzt gerade mal nicht hier da, der, ähm, Zaunzweck und Schwarzeisensteigbügel, Steigbügel, wo kriegen wir den Steigbügel her, wie ist er das? Ich habe zweimal geschickt, ist egal, einmal kriegst du es und das passt, die Klingklong-Spiele, ja, wie heißen das? Die Windspiele, so heißt es, die Windspiele sind noch da, benötigt den unbeständigen Wandelstein, um genutzt werden zu können. Okay, dann machen wir jetzt erstmal den Wandelstein, oder? Erstmal nehmen wir diese, äh, diese hier, diese Ereignisdinger hier, für den Wandelstein, den möchte ich eigentlich schon haben, also Blutgraszunder, so, dann, äh, Runen geht's da, Hammer, so, hier nehmen wir erstmal den Feuerstein, so, also brauche ich noch drei Ereignisscheine, zwei Klick mal pro Tag, ne, soweit ich das weiß, und dann hätten wir schon mal den Wandelstein fertig, und dann müssen wir uns, ach so, mit der Wandelstein, mit dem Zaumzeug, und der Greifenfeder gibt dann, okay, mhm, sehr gut, ja, kriegen wir schon den Reittiergreif, und so weiter, ne, also, ne, Ereignisscheine machen, ne, jetzt ist klar, ne, Kalthafen, äh, Karkstein spielen, Orsinium spielen, Imperial City spielen, ganz wichtig, und dann hier eintauschen, okay, wisst ihr Bescheid, Event läuft, aber hier sind, glaube ich, immer noch andere, die was schenken, ja, hier gibt's auch noch, ne, das sind jetzt so Kleinigkeiten, ne, die ihr hier dann eintauschen könnt, je nachdem, was ihr schon alles für Errungenschaften geschafft habt, aber das ist schon geil, ne, hier so Leichname und so, hat schon was, okay, ähm, die Kenner ja die Ereignissachen, denke ich mir mal, da brauche ich jetzt nicht näher darauf einzugehen, auf jeden Fall, wenn ihr Ereignisscheine habt, das ist, glaube ich, hier der Wandelstein, ähm, dann hier hingehen und eintauschen, es gibt eine Maximalzahl von, äh, Ereignisscheinen, ihr könnt nicht, äh, 400 Stück haben oder sowas, ne, ich glaube, zwölf Stück war, ja, zwölf Stück ist das Maximum, was ich da hatte, also, wenn ihr zwölf habt, dann schnell hierhin, paar ausgeben und dann die nächsten sammeln, Sonst habt ihr Passion, sozusagen, okay, so, jetzt, äh, locken wir dann aber mal um und spiele mit der Necromantin weiter, ja, die Monatsbelohnung, die habe ich total verpasst, ne, ihr seht, diesen Monat war ich gar nicht fleißig, ich habe diesen Monat doch Urlaub gehabt und ganz wenig Tagesbelohnungen hier eingefordert, man zieht also schon tägliches Einloggen, Tagesquest, wiederholbare Quests bei mir, ganz schlecht. Ja, Ese Kobold, mach's gut, solange du mich angeschrieben hast, weißt du, dass du diese Items bekommst und schön, dass du hier warst, bis irgendwann mal und ich hoffe, vielleicht sehen wir uns am Mittwoch wieder, bei Skyrim oder am Donnerstag bei World of Warcraft Shadowlands oder am Samstag bei Star Trek Online. Ganz, ganz viele Möglichkeiten. Mal gucken, ob wir die Community-Herausforderungen das schaffen. Wer noch Punkte zu viel hat, Garipunkte, wer die gerade am Sammeln ist, der kann sich noch für die Community-Herausforderungen eintragen. So, hier haben wir mal einen Templer, nur damit ihr mal gesehen habt, einfach mal wieder so ein eingebildeter Adeliger hier, ist ja klar. So, die brauchen wir nicht zu spielen. Das ist übrigens mein Charakter, wo ich früher immer Zeug abgegeben habe, hat große Taschen, ist klar. Hier, Herr der Klinge, der ist richtig cool. Herr der Ringe war gestern, Herr der Klinge ist das Wichtigste hier. Das ist eine Nachtklinge, wenn die Maximum ist, die brecht alle weg. Der Herr der Klinge. Ho, 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 ho. Okay. Ich bin auch manchmal ein bisschen verrückt. So, nicht die Mama. Den spielen wir jetzt. Das ist die Nekromantin. Stufe 15 ist sie. Meine Agonierin hier, als Nekromantin. Und bei Wünschen kann ich vielleicht auch helfen mit Items, Housing, Waffen und Rüstungen. Okay. Ja, wenn ihr Uwe mal anschreiben möchtet, falls euch irgendein besonderes Item da also fehlt. Crafter. Scheint er auf jeden Fall aktiv zu sein hier. Dann sprecht ihn an. Im Spiel VG 39 oder VG 69. Im Spiel heißt er anders. Falls er also einen Crafter braucht, weil ihr noch nicht so weit seid und ein bestimmtes Rüstungsteil haben möchtet. Er bietet sich an hier. Sehr nett von Uwe. Und jetzt geht's drum, kann ich die Quest noch annehmen mit diesem Charakter. So. So.